Geil Geil Oh fuck, als ob die jetzt schon ne Dings haben Ich hab auch schon ne Dings Ich gucke irgendwo noch ein Schild um, ne ne Jop Fuck Keins gesehen Äh, da oben Kann man ins Haus rein Smoken, oder was ist dein Smoke? Habt ihr gerade auch so ein bisschen Legs? Ne Bei mir Geil Hm, jetzt bin ich hier nicht mehr oben Zurückziehen, dahinter Weiß ich nicht Wollt ihr? Ich hab halt bloß ne Pumpe und ne Pistole Mir wärs egal Ich hätte gerne auch mein Schild noch Na dann Zurückziehen Ist jetzt ein bisschen sehr offensichtlich, wo wir hin und zurückziehen, muss ich mal so sagen Entschuldigung Wollt nicht, dass wir uns gleich sehen, wenn wir hier drin verschwinden Nehm ich mir Nehm ich mir Hahahaha Hier ist noch ne M-Lock Glaubt ihr die Ammo hier aufm Boden, falls es jemand braucht Oh, die hab ich jetzt mitgenommen Guck mal ein bisschen Die fighten da Einer kommt runter Die fighten da, die fighten da, die fighten da Du hast recht Und lösen immer noch meine Sachen aus Ne, jetzt fighten sie wieder nur uns Keine Ahnung Ich würd da nicht reinpurschen tatsächlich Ne, ich auch nicht Ich hab auch nichts um mein Schild wieder voll zu machen Ich geh nochmal ein Stück zurück Ja, kann ich dir bisschen helfen Raffido, raffido Bei solchen Sachen Och, komm schon Gut, eben das Haus hier noch Wieder mein Zeug ausgelöst Ok, ich hab einmal Schildzeug wenigstens Ah, ich bin wieder voll Wollen wir noch da rüber Schnell rennen Oder Angreifen Nicht, dass wir da hinkommen Doch, ich denk Warte mal Der Arx da Ach, die schmeißen Kanaden zu Ja, die sind nämlich schon dran Am Haus Hier vorne Bin ich Komm ins Haus Eingefinished Hier an der Tür ist einer Genockt Hast du? Habt ihr den da? Rechts? Brennt da weg Oh, what? Wie seh ich keine Waffe in der Hand? LOL Da hab ich einfach keine Waffe in der Hand Da hab ich auf den Da hab ich auf den Ja, fett Äh, sind schon drei Fett Oh, da ist ne Fitfire drinne Ich glaub, die nehm ich mal Niemal Nehmen wir jetzt alle heavy? Ja Ja, unter anderem Bin ich auf jeden Fall ready von Fight Ja, äh, brauche jemand Heavy Ammo? Nö, ich hab genug Tatsächlich, ich hab 340 Reserve Alles gut 452 Wollt ihr zum, zum Drop der da eigentlich Cut kam? Das Hab ich grad gar nicht drauf geachtet Oh, Hund lass jetzt die Katze in Ruhe Ich mach aus dir Hackfleisch Ich sag's dir, du wirst zu Lasagna verarbeitet äh Gegner oben ihr sollt euch zurückziehen wenn ihr könnt hat einer geflogen holy shit drückt er mir damage rein ich muss erstmal heilen gehen äh ja ihr seid down oder? yep wir sind down oh ne der kommt noch rein fuck sind bei mir da sind zwei leute drin finischen mich halt haben wir noch nen ding drinne hier wo ich euch holen kann ja ne die campen glaub ich auf mir von daher ist das irrelevant die lifeline die campen auf mir siehst du das noch? also mich haben sie nicht direkt gelootet also mich haben sie nur ins gefinisht und sind dann weiter hoch gegangen lifeline hat mich gelootet glaub die fighten da gerade glaub die schießen da auf jemanden der da noch kommt zumindest xeli kannst du relativ easy holen glaub ich ich bin halt mittendrin der lifeline das ist bisschen shit die im haus drinne? die waren im haus oben drin ja ich bin auch im haus drin unten die hören dich ja wenn der sprint ist ne na egal können sie doch wir sind mal zurück jetzt glaub die haben mich nicht getraut zu looten weil der Falle neben mir stand Moment das sind die letzten zwei Scots die da gerade fallen ja scheiße wo kriegt ihr denn euren Loot her? irgendwas aus häusern was hier noch rumliegt und das wird dann halt so ne könnte interessant werden Frage wie lange die halt brauchen sich zu töten ich hoffe noch ne Weile dann könnt ihr wenigstens nochmal zu trennen ich sag mal so sonst sind wir noch zweiter geworden das ist schon okay da ist zum Beispiel noch Loot guck mal und hier ist halt und links ist sogar noch ein Drop der Drop-In haben wir vorher nicht genommen ist halt jetzt bisschen auffällig wo wir sind ich denke mal die achten da jetzt gerade nicht drauf in die Fighten ich kann die Devotion noch hinlegen für jemanden die jemand haben möchte ich finde die okay aber ich muss die nicht haben wenn wir hier Sachen finden oh god ey ich hab ja auch gleich Schild bläu ich hab nur Lilanes gefunden hast jetzt so hier ist ne Kraber wenn die jemand spielen möchte ja nicht ganz geil ich hab schon Wingman sonst Achse gepinkt Alter erst auf die Zweiten willst brauchst du das? ich hab gar keinen Scope halt Moment die sind fertig mit Fighten ne hier kommt noch ein Drop ja da buggt buggt irgendeine Spitfire ich hab halt nur ne weiße Rüstung jetzt aktuell habt ihr jetzt alle ne Waffe? oh und mein Gas wurde ausgelöst da wahrscheinlich wo ich lag braucht ihr Muni irgendwas? höchstens bisschen Heavy aber ne eigentlich nicht also Heavy hab ich ich kann halt bloß mit Energie und Light Emotien Guck mal was wir hier oben drin haben Guck mal was wir hier oben drin haben hier ist noch ne Kraber drin ne? ich hab ne Kraber Phoenix Kid für jemanden ich nehm's mal nicht ich glaub die kommen da ich hab hört ihr den Soundpack auch? Jaja ich hab ein Maschinengewerter das dauerhaft schießt deswegen bin ich mir relativ sicher dass die noch nicht da sind das bewegt sich halt auch Moment mal das Level 3 nimmst du das? das Xelix? ich bring sie mit runter ja wirf mal her ne geht's ne geht's bin mir nicht sicher tatsächlich hier 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 drüben 09 09 ich bin direkt überdecke sprungen äh nicht f- f- ja 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 ich komm wieder zurück ich bin noch bei dir einer rechts über uns ja da geht's weiter hier oh god f- 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 hat nen Hit der Leader Typ da müssen wir eben heilen ich bin tot von 300 Granaten gestörtet also ich hab wirklich 3 Granaten genau auf mein Gesicht bekommen aber der muss ja nicht low sein der über euch ja ich bin auch down ne also Vorsicht hm ich suche mal da irgendwie in die Richtung zu kriechen da ist einer oben am Drop am Drop Lifeline am Drop kommt kommt rüber Pathfinder ist jetzt hinter euch zeli umdrehen oder ihr müsst ein von beiden müsst ihr fokussieren jetzt über dir ja ich muss meine Waffe nachladen ihr müsst dann einen von beiden pushen wenn sie so trennt die live einfach schon wieder aufgehoben ne doch achso ne durch'n win ja durch'n win aber wirklich ich hab 3 Granaten genau in mein Gesicht gekriegt holy shit x-chef x-champions x-champions x-champions